so schüttelst du kommst du dir so ein Video von Battle Royale so mit los dabei gejoint ist ja die Partie geht egal dann machen wir mal du es mit dem mal spontan das Video hier das Video weiß ich kann es hat sich nur ein Kill gehabt äh gar keine Ahnung das war hauptsächlich das Video besser also wird ich besser spielen ja ich wollte euch mal was fragen es kommt vielleicht gut Red Dead Redemption 2 raus von Rockstar das ist der neue Teil am 26. Oktober wir werden das wahrscheinlich holen dann würde ich mich fragen ob ihr Videos dazu wollt also so ein Cowboy Spiel falls ihr nicht wisst was ist ja guckt einfach mal nach das ist ein ganz geile Spiel das soll es werden nächsten Teil habe ich zwar nicht gespielt ja aber der zweite Teil soll halt realistisch also realistisch das Spiel sein alles ja ja manchmal fragend schreibt es mir in die Kommentare ob ich es machen soll oder nicht hier ist ein No-Skinner und hier ist ein Alarmer mit Shotgun geil hier ganz fertig oh so so wo man dann raus hin muss hier verdammt die jetzt genau mal hier ist auch fair verdammt ne Risky Reels war er schon lange nicht mehr ist auch fair Risky Reels wo geht er hin ah er ist schon rausgefunden ok er will wahrscheinlich auch hin lol nicht ob ich jetzt hier so ein Rand und wie ist das Grafik so scheiße egal ne Aufnahme ey so schwierig auf Xbox aufzunehmen also früher ging es ja mal die Videos von der Xbox einfach aufzuladen auf YouTube aber jetzt gibt es ja leider nicht mehr keine Ahnung warum jetzt ist auf jeden Fall so scheiße sonst hätten die gute Qualität guter Sound und ja und kein Echo wenn ich mit anderen Leuten oh scheiße naja ich muss jetzt irgendwo ne scheiß Waffe liegen ey ich bin schon am Arsch ich bin schon am Arsch ey wenn jetzt zwei gelandet sind ok oh gut ok aber egal na 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 ok komm doch jetzt safe hier rein oder Nuss hilf mir wo sind sie gelandet oh oh die Nuss ey wegen der bin ich fast gestorben meiii was war das grad schlecht von mir ey hoffentlich wird den Niko schon nicht so arg jetzt oh oh die Framing oh wieso hab ich die Waffen angesammelt so ok sind geladen jetzt haben wir was schönes trinken ah er kommt ich muss noch mal schon nachladen ok ist irgendwie voll keine Ahnung ok danke ja wie sollst du mich geholfen okay ja habe ich alles geregelt hier gab es eine kleine schießerei hier war ja nix mehr nähe jetzt war anscheinend so unterweg so dass die team wurde sehr schnell getötet hallo was macht der gute alte nuss alles soll folgen okay never like never like verdienen nicht so so das kommt da hin diese kann er auch gebrauchen es ist im spiel shet so da sind wir mal wieder das muss alles gebaut ich kann sich bearbeiten wir können sich kann bearbeiten wo sind wir hier ok aber halt kommen ja morgen kommen ja neue quests für dinge raus dann für wochen passt da ja da krieg ich wahrscheinlich den lama ich freue mich schon drauf also ein lamaskin hat ja auch so ein extreem mode das wird lossehen und das war das sehr sehr sexy mein inventar hier nur noch spiel sound jetzt mit konferent dann wäre es perfekt aber hätte wahrscheinlich können also ich kann auch nur ja da ist irgend so ein paulberger der muss gleich da sein der typ der ist gleich da und er schießt auf mich seinen scheiß egal ich bin gleich gut wo ist eigentlich los wir gucken jetzt mal nuss zu passiert mal dass ich es jetzt nicht das mal um jetzt nur sieht hoffentlich wenn ich schwingen werde ich einfach lustige sonneffekte oder so hinzufügen das macht er los das ist ich 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 Und ja Leute, das war's mit diesem Video. Und ja Leute, das war's mit dem Video und tschau Leute.